Heute geht es um ein Thema, das ganz oft missverstanden wird und zwar geht es um Hinterkopftreffer. Also Hinterkopftreffer sind natürlich verboten. Wir sprechen heute darüber, warum die verboten sind, wo genau die Zonen sind und warum die genau da sind und was noch alles erlaubt ist und wie ihr erkennen könnt im Kampf, ob das noch ein erlaubter Schlag war oder ob das schon ein illegaler Treffer gegen den Hinterkopf war. Denn das wird, wie gesagt, oft missverstanden. Okay, generell erstmal, es ist grundsätzlich in allen schlagenden Sportarten verboten, den Hinterkopf zu attackieren. Ob das jetzt im Kickboxen ist, im klassischen Boxen, im Muay Thai, überall, wo geschlagen wird, ist das verboten. Und das aus gutem Grund. Wir haben unsere Wirbelsäule und diese Wirbelsäule geht quasi hinten über die Halswirbelsäule in den Kopf hinein. Und dieser Übergang von der Wirbelsäule in den Hinterkopf hinein, der ist sehr, sehr empfindlich und der ist auch nicht sonderlich gut geschützt. Wenn ihr mal selber bei euch hier fühlt, da ist nicht allzu viel, was da Schutz bietet. Das Problem ist, dass da nicht nur unsere Wirbelsäule ist, sondern dass auch der komplette Nervenstrang hier oben hineingeht. Der komplette Nervenstrang ist also hier gebündelt. Das Problem ist, dass selbst relativ leichte Schläge oder Tritte oder Ellenbogen ausreichen können, um hier erheblichen Schaden anzurichten. Das Ganze kann sogar zum Tod führen, indem nämlich hier in dem Bereich das Genick bricht. Deshalb sind alle Treffer gegen den Hinterkopf grundsätzlich verbunden. Jetzt seht ihr hier, ich habe hier diesen Styroporkopf und den habe ich jetzt mal so eingezeichnet. Und dieses Rote hier, das ist dann tatsächlich die Fläche, die ihr nicht treffen dürft. Den Rest dürft ihr treffen, da gehe ich gleich einmal drauf ein. Warum dieser Bereich? Ich sagte gerade schon, dass die Wirbelsäule, die Verlängerung hier quasi zum Kopf ist. Und das sieht man hier an diesem Strang hier oben sehr schön, denn das ist quasi der Bereich, der auch nach unten hin weiterführt, eure ganze Wirbelsäule entlang. Denn nicht nur der Hinterkopf, sondern das Attackieren der kompletten Wirbelsäule ist verboten. Wir haben hier eine Breite von jeweils einem Inch nach links und einem Inch nach rechts von der Mittellinie aus. Das heißt, das sind 2,55 Zentimeter nach links und 2,55 Zentimeter nach rechts. Dadurch entsteht dieser Streifen hier, der nach unten fortführt, wie gesagt über die Wirbelsäule, der verboten ist zu attackieren. Dann haben wir noch diesen Bereich hier im Nacken. Der ganze Nackenbereich ist auch ausgenommen. Um sich zu merken, wo der Nackenbereich anfängt, könnt ihr euch diese Ohrlinie hier vorstellen. Da wo das Ohr aufhört, stellt euch eine Linie vor, zur anderen Seite des Ohrs. Ab hier beginnt der Bereich nach unten hin, der nicht mehr erlaubt ist. Jetzt seht ihr hier viel weiße Fläche noch im Bereich des Ohrs, auch im Bereich noch des Hinterkopfes. Das ist erlaubt. Hier dürft ihr treffen. Im Kampf ist es nicht immer so leicht zu sehen, wo hat er jetzt getroffen. Hat er den Hinterkopf getroffen, hat er den Nacken getroffen oder war das noch eine Fläche, die in Ordnung geht? Das ist auch für einen Weft echt eine Herausforderung. Und als Zuschauer, der weiter weg sitzt, der sieht das noch ungenauer. Hier gibt es aber einen kleinen Tipp. Achtet mal drauf, ob derjenige, der schlägt, ob der mit dem Handschuh noch das Ohr berührt. Wenn er mit dem Handschuh noch das Ohr berührt, dann ist der Schlag in Ordnung generell. Berührt er also mit einem Teil noch das Ohr, dann sagt man, ist der Impact im Bereich des Ohrs nicht sehr weit hinten. Und dadurch, dass die Faust ja eine gewisse Größe hat, bin ich auch nicht weit genug rum. Berühre ich also das Ohr, das gilt übrigens auch für Ellenbogenstöße, dann ist noch alles in Ordnung. Berühre ich hier nicht mehr das Ohr, dann bin ich am Hinterkopf. So kann man sich das relativ gut merken. Wichtig ist auch, die Linie endet hier oben. Und zwar geht die nicht über den kompletten Kopf hinaus, das ist total wichtig. Die endet ungefähr da, wo quasi die senkrechte in die waagerechte übergeht. Hier quasi an diesem Scheitelpunkt. Das kann man jetzt auf einen Zentimeter nicht festmachen, weil der Kopf halt rund ist. Aber so in diesem Bereich endet diese Linie. Das bedeutet, hier sind Treffer erlaubt. Jetzt kann man sich fragen, okay, wie komme ich da hin? Sind das hier Schläge wie Bud Spencer von oben? Nee, eher so Sachen außer Gart. Wenn jemand in der Gart liegt und ich fange an, ihn zu attackieren, dann sind solche Schläge hier in diesem Bereich erlaubt. Und das wird oft auch ausgebucht oder kritisiert, dass man sagt, ey, das ist Hinterkopf, das ist Hinterkopf. Aber das ist kein Hinterkopf. Dieser Bereich darf attackiert werden. Dieser ganze Bereich darf attackiert werden. Das ist total wichtig zu wissen. Denn dieser Bereich hier hinterm Ohr, da liegt unser Gleichgewichtssinn. Und wenn ich da einen Haken reinkriege, wenn ich da attackiert werde, dann habe ich eine sehr, sehr große Chance, dass ich ihn damit K.O. schlage oder sein Gleichgewichtssinn so aus der Bahn bringe, dass ich ihn anschließend K.O. schlage oder Submitte oder sonst irgendwas. Also dieser Impact hier in diesem Bereich, der ist ganz schön erheblich und der ist erlaubt. Dann gibt es eine Sache, die viele nicht wissen. Wenn ich versuche, ihn hier zu treffen und ich schlage und er dreht den Kopf weiter und ich treffe dann den Hinterkopf, dann ist das natürlich immer noch ein gefährlicher Hinterkopftreffer, wenn ich hier mit voller Wut einschlage. Der ist aber nicht illegal. Das ist kein Foul. Weil er sich immer einen Schlag hineingedreht hat. Er ist quasi in meine Faust gerannt. So könnte man das sagen. Das ist natürlich sehr, sehr schwer zu sehen. Und auch als Ref ist das echt eine Herausforderung. Deswegen geht Mülle mit manchen Urteilen um. Geht Mülle damit um, wenn mal ein Kampf abgebrochen wird und man hinterher in einer Videoanalyse sieht, ey, das war aber gar nicht so. Der Ref versucht, den Kämpfer zu schützen. Und das ist seine Hauptaufgabe. Das ist die wichtigste Aufgabe, die der Ref hat. Und vertraut ihnen einfach. Die sitzen direkt daneben. Die gucken genau da drauf. Das ist was anderes, als wenn ich in der 15. Reihe sitze und anfange zu rufen, Hinterkopf, Hinterkopf. Das kann man hinterher vielleicht in der Videoanalyse besser bestimmen. Ja, mal spricht eine Videoanalyse für den Ref, mal auch dagegen, ganz klar. Aber er muss ja die Entscheidung treffen, jetzt vor Ort, um den Kämpfer zu schützen. Wie ich gerade gesagt habe, diese Treffer, die können ganz erhebliche Schäden anrichten. Und da wird ein Kampf dann halt auch mal abgebrochen oder wird auch mal ein Punkt abgezogen, um ganz klar zu machen, das geht so nicht. Und wenn das hinterher die falsche Entscheidung war, ja, dann hat man ja immer noch die Möglichkeit, Einspruch zu erheben. Aber bitte, geht Mülle mit den Ref um.